hallo freunde des gepflegten ladespaßes und herzlich willkommen bei speicher elektrisiert deinem kanal für die elektromobilität aus dem herzen der alpen mein name ist matthias und heute möchte ich an meine regensburg roadtrip video anknüpfen wo ich die interessante beobachtung gemacht habe dass die menge an wattstunden in der batterie bei 100 prozent soc ziemlich niedrig ist und ganz wichtig bei diesem video brauche ich deine hilfe und idealerweise messwerte von dir doch schauen wir uns zunächst mal die beobachtung von mir an auf geht's machen wir zunächst eine kleine rückblende mit einem ausschnitt aus dem regensburg video natürlich habe ich auch den carscanner wieder angeschlossen und da seht ihr in echt haben wir 95,6 prozent in der batterie oder 70.675 wattstunden von derzeit 75.900 das hat mich bei fahrt antritt noch nicht irritiert ich habe das gar nicht bemerkt das sieht man ja auch in dem video um der sache nachzugehen habe ich jetzt mehrfach auf 100 prozent aufgeladen und rein rechnerisch auch mal von 80 prozent hochgerechnet und auch jetzt hat der wagen 100 prozent laut display mehr geht nicht die ladung hat dort dann auch automatisch geendet und das sind die werte aus dem carscanner es waren genau 71.000 wattstunden die 25 wattstunden die hinten fehlen sind weggegangen um aus der tiefgarage zu fahren wir haben 96 prozent so c oder batterietemperatur von fast 24 grad schauen wir uns jetzt noch schnell die einzelnen zellen der batterie an bei meiner batterie beim 80 x hammer 96 s 3 p system oder die verschaltung der einzelnen zellen das heißt nichts anderes als das 96 in reihe also viele viele hintereinander geschaltet sind das erhöht die spannung und drei parallel also nebeneinander das erhöht die kapazität die details die schauen wir uns dann irgendwann mal in ruhe in einem eigenen batterie video an und wenn wir jetzt mal einfach hier auf die batterie gucken dann sehen wir hier einmal die summe über alle zellen das sind fast 400 volt wir sehen hier die spannung in der niedrigsten und hier die spannung in der höchsten zelle sowie den soc der niedrigsten und höchsten zelle wenig überraschendes hier und jetzt gucken wir uns hier mal die einzelnen zellen an das sind jetzt wie gesagt 96 bei mir weil sie grundsätzlich so angezeigt werden wie sie in serie geschaltet sind alles perfekt alle 4,16 gucken wir uns die nächste reihe an auch hier alles perfekt 4,16 volt schauen wir uns die letzte reihe hier noch mal an da sind wir schon bei 90 da sehen wir das sind einige die haben 0,01 volt weniger völlig unkritisch und hier sehen wir die letzten zellen und auch hier entsprechend unkritisch und dann gucken wir uns jetzt am besten mal noch alle temperaturen an an allen messpunkten und dann sieht es so aus wir sehen auch hier keinen wirklichen thermischen ausreißer also auch hier bei den einzelnen zellen soweit alles aus meiner sicht in ordnung insgesamt liegen mir jetzt drei messergebnisse für ein 100 prozent soc vor ich habe die hier auf dem blatt papier blendet euch natürlich hier im video auch ein aber wenn wir uns die angucken dann habe ich einmal 70.675 einmal 70.525 und jetzt 71.000 wattstunden bei 100 prozent die batterietemperaturen waren 16 18 und 23 grad und der soc laut bms der hielt sich auch ziemlich gut irgendwo 95,6 95,4 und 96 prozent das heißt die messwerte sind ziemlich gut miteinander vergleichbar wenn ich jetzt die zahlen hoch rechne auf einen 100 prozent bms stand dann liege ich mit minimaler variation bei 73.925 oder 50 am ende das würde bedeuten wir sind schon ein ordentliches stück weit weg von 77.000 da er aber nicht bis 100 prozent bms lädt ist das auch nur theorie gucken wir uns das mal an wie er jetzt geladen hat dann fehlen immer um die fünf kilowattstunden und wenn ich das dann weiter betrachte dann reden wir hier von acht prozent degradation der batterie nach sechs monaten ich habe das auto seit dezember 2021 und bin jetzt bei 11.300 kilometern da sich der messzeitraum aber laut meinen aufzeichnungen zwischen achtenhalb und 11.300 kilometern befindet wäre die degradation auch schon bei 8000 kilometern der fall gemäß skoda beträgt die brutto kapazität der batterie 82.000 wattstunden ziehe ich davon die fünf prozent sicherheits marge ab weil er die batterie halt nie auf 100 prozent laden kann dann wäre ich bei 78.000 das sind eigentlich 4100 wattstunden aber sagen wir mal 78.000 das würde ja auch passen wenn er dann laut bms auf 95 prozent lädt dann hätte ich immer die 77.000 wattstunden was sich für mich hier allerdings abzeichnet ist ein stück weit als würde er die fünf prozent tatsächlich auf die netto kapazität von 77.000 rechnen kommt nicht ganz hin weil dann müssten wir eigentlich nach meiner rechnung irgendwo bei 73.000 liegen und er kommt ja nicht mal auf 73.000 aber es wäre schon eher wahrscheinlich dass es dann tatsächlich auf die netto kapazität gibt aber ganz ehrlich wofür gibt es dann eine brutto kapazität wenn die reserve auf die netto kapazität gerechnet wird für mich ist jetzt natürlich ganz spannend herauszufinden woran liegt das sind das vielleicht messfehler über die obd schnittstelle sprich mir werden einfach die falschen werte angezeigt kann ich mir kaum vorstellen wenn ich dann auch meine reichweite in kilometern mit in betracht ziehe habe ich eine falsche vorstellung wie das gerechnet wird also war klar vielleicht ist es für euch sogar klar dass es von der netto kapazität abgeht nun könnte man noch die temperatur ins feld führen als argument warum diese werte abweichend sind doch einerseits habe ich die 100 prozent messung bei unterschiedlichen temperaturen gemacht und andererseits dürfte dadurch ja auch nur der maximalinhalt anders sein wir reden hier von einigen hundert wattstunden und nicht von mehreren kilowattstunden und soweit ich weiß wird die batterie wenn sie offiziell vermessen wird bei 25 grad gemessen und letzter grund kann hier natürlich auch die software version sein wie ihr wisst habe ich noch die 0795 das update ist ja noch nicht draußen und vielleicht sieht es ja beim me 3.x schon deutlich besser aus vielleicht ist ja auch die verfügbare kapazität durch das bms künstlich limitiert worden das wissen wir natürlich nicht insofern wäre ich natürlich doppelt froh wenn ich me 3 messwerte bekommen könnte oder hat meine batterie tatsächlich eine derart starke degradation habe ich vielleicht rechenfehler gemacht schreibt mir doch bitte unten in die kommentare und noch viel wichtiger für mich wäre wenn ihr ein obd adapter habt messt es doch bitte mal bei eurem enjak wenn es geht wirklich auf 100 prozent damit wir nicht von 80 oder 90 hochrechnen müssen denn entscheidend ist für mich was wirklich bei 100 prozent der fall ist meine hochrechnungen von 80 prozent stimmen nämlich auch nicht denn wenn ich mir die angucke dann wären wir da eher so im bereich um 72.000 bis 72.500 wattstunden also wenn ihr messen könnt macht es bitte bei eurem enjak schreibt mir die werte max batterie aktueller batterieinhalt die temperatur und vielleicht auch noch den soc laut bms unten in die kommentare habt ihr vielleicht eine erklärung für das verhalten die mir nicht einfällt schreibt mir bitte in die kommentare denn jetzt bin ich echt auf eure hilfe angewiesen dafür hat der erklärbär speicher tatsächlich aktuell keine antwort vielleicht ist es aber auch wirklich die ganz simple ja deine batterie hat eine degradation von 8 prozent über sechs monate und mehr als 71.000 also 71 kilowattstunden gehen da nicht mehr rein klar kann man jetzt auch sagen hey matthias das ist doch im alltag gar kein großes problem und so groß ist die diskrepanz ja zwischen 71 kilowattstunden und 77 kilowattstunden jetzt auch nicht aber auf der anderen seite das auto ist auch nicht gerade günstig meiner ist noch ziemlich neu wenig gelaufen da finde ich die degradation schon recht hoch und am ende 30 kilometer oder was es dann ausmacht sind 30 kilometer und ich wüsste nicht warum ich auf eine so zugesicherte eigenschaft einfach so verzichten sollte warum mir das thema auch noch wichtig ist ende april hat volkswagen von der tu münchen das ergebnis einer batterie degradation studie vom idee 3 gepostet ich blende es euch mal kurz hier ein ich zeige es euch aber auch noch mal in groß die grafik hier ist dieser besagte tweet und da ist die grafik wo sie einfach getestet haben in unterschiedlichen szenarien wie der state of health der batterie abnimmt und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen genauer anguckt dann stellt man fest dass ja gerade jetzt in den ersten jahren und in den ersten ich sag mal von locker 50.000 kilometern das ding nicht unter 95 prozent fällt nach meinen berechnungen sind wir ja hier schon bei 92 prozent wo die studie mehr oder minder zeigt dass man eher bei 98 prozent ist mir ist durchaus bewusst dass jetzt ein vergleich mit community zahlen schwer wird weil im prinzip könnten wir nur 80 x batterien vergleichen weil ich auch einen 80 x habe einfach deswegen damit wir die gleichen zellen haben vom gleichen hersteller soweit ich weiß sind im 80er und im 60er andere zellen enthalten und darum ist auch der vergleich mit einem idee 3 oder einem idee 4 etwas schwierig man weiß halt nie genau was ist unten wirklich in den modulen verbaut hinzu kommt natürlich noch das individuelle fahrprofil also wie stark belastet ihr die batterie beim fahren ladet ihr häufig an supercharger ladet ihr häufig daheim ladet ihr häufig bis 100 prozent oder doch nur bis 80 ist mir alles bewusst nichtsdestotrotz würde ich mich über eure werte unten in den kommentaren freuen und vielleicht finden wir doch irgendwie einen algorithmus irgendetwas woraus wir mehr ableiten können wenn wir hier als skoda community der sache auch nicht auf die schliche kommen na dann bleibt wohl nur eine professionelle batterie vermessung und da hoffe ich dann auch auf die unterstützung von skoda denn anders würde ich dann nicht mehr wissen wie wir licht in das dunkel bringen wenn dir das video gefallen hat lass mir doch einen daumen nach oben da und auch wenn du jetzt mehr fragezeichen als antworten hast dann interessiert dich vielleicht die antwort umso mehr da ist das abo die richtige wahl damit du nichts mehr verpasst und zudem ist es ein schönes zeichen der wertschätzung wenn deine unterstützung noch ein bisschen weiter geht unter dem video gibt es das youtube thanks und in der beschreibung einen paypal link auch wenn ich jetzt nicht wüsste wofür du mich bei diesem video unterstützen solltest weil ich hab dir ja nicht wirklich wie sonst üblich antworten geliefert sondern erst mal nur ein problem geschildert in diesem sinne ich hoffe in einem der nächsten videos können wir das ganze auflösen und bis dahin bleib energiegeladen deinem kanal für die elektromobilität wenn wir das ganze weiter theoretisch betrachten wir haben hier eine 82.000 watt stunden brutto kapazität eure hilfe auf geht's nicht wahr oder was ist hier heute los